Entschuldigung, Entschuldigung bist du hier aus Düsseldorf? Warte, wie heißt die Adresse? Einen Sekunde. Am besten der Hauptbahnhof, hier komm ich am besten dahin, mit U-Bahn. Hier ist die U-Bahn auf die Stelle, wenn du jetzt hier rechts runter gehst. Oha ey was ist los? Pass auf und hinläufst Alter. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Du bist dein Problem. Hey, 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 hey. Das ist ein Prank, das ist ein Prank. Yo was geht ab Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir drehen heute den Punch & Prank Teil 2. Ihr wolltet auf jeden Fall, dass wir in dem nächsten Punch & Prank Video die Sache kaputt machen, eskalieren soll. Wir sollen krassere Leute ansprechen und heute ist der Tag gekommen. Entweder klappt es oder wir landen in einem Krankenhaus. Viel Spaß. Leute, wundert euch nicht, warum ich lache, denn wir werden heute an unser Limit gehen. Ihr habt gesagt, wir sollen die Sache eskalieren lassen. Tut es mir auf jeden Fall leid, falls ihr in der Intensivstation landen wird, falls es eskaliert. Gebt einen Daumen hoch für die coole Aktion und viel Spaß mit dem Video, Freunde. Peace. Seid ihr aus Düsseldorf? Ja. Wie heißt die Adresse? Neben Mekkes. Am besten Richtung Mekkes. Mekkes ist direkt da hin. Einfach durch. Welches Mekkes? Am Hauptbahnhof oder hier in der Altstadt? Ey, Alter. Passt auf, wie du nimmst. Du hast mich doch gerade angespelt. Du hast mich gerade angespelt. Ich bin hier für Apple. Entschuldigung, bist du aus Düsseldorf? Hä? Bist du aus Düsseldorf? Düsseldorf, ja. Düsseldorf hier. Äh, McDonalds. McDonalds. McDonalds, was ist das? Äh, McDonalds. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Du bist mit ihm? Nein. Ui. Pfff. Pfff. Jungs, seid ihr vielleicht aus Düsseldorf? Nee, leider gar nicht. Wisst ihr, wie ich am besten wo? Richtung, äh... Wohin? Nee, im Mekkes. Welchen Mekkes? Welchen Mekkes denn? Ey, Alter. Alter, guck du mal, wohin du läufst, Alter. Der hat mich doch angereppelt. Was ist denn dein Problem jetzt? Was willst du von mir? Du hast mich gerade angereppelt. Ich hab zu den. Sorry, das war so ein Prank. Ich hab die Kamera, Jungs, ey. Ja, ich muss nachfra... Jungs seid ihr aus Düsseldorf? Wohin? Wo willst du nennen? Wo? Wo du hinlust. Achso, äh... Wie heißt die Adresse? Hm. Am besten, nee, McDonalds. Hey! Was ist dein Problem? Wann willst du mich an, Alter? Ja, ich hab mich angerempelt. Kommt ihr aus Düsseldorf vielleicht? Ne, sorry. Wo kommt ihr denn? Ja, aber wisst ihr denn vielleicht, ähm... Wo das McDonalds hier in Düsseldorf ist? Woah, Alter. Passt du selber auf wo du gehst, Alter? Passt du selber auf wo du gehst? Ich hab... Pass mal auf... Geh zu dir? Sorry, Mann. Alles cool, ja? Auf jeden Fall Leute, äh, wir haben kurz mal die Rollen getauscht. Ich wollte einmal demonstrieren, wenn ich das mache, wie ich ausraste. Das war eine kleine Demonstration. Ja, ich bin sein Schüler. Damit er demnächst mehr ausrastet. Denkling, 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 denkling. Haben sie verstanden? Jungs, warte, ich bin vor Apple. Seid ihr aus Düsseldorf? Ne. Kennt ihr euch hier aus? Ne. Wohin? Adresse? Moment, äh... Scheinberger... Was ist daneben? McDonalds. 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 Oi. Pass mal auf, Alter. Wie, pass mal auf? Du hast mich angerempelt. Was ist dein Problem? Du hast mich angerempelt gerade. Bitte zu den. Hey. 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 Eine Frage, bist du aus Düsseldorf? Warte, ich frage kurz. Bist du aus Düsseldorf? Nein. Vielleicht. Weißt du vielleicht, wie ich am besten zum Hauptbahnhof komme? Ach so Bahnhof, ähm. Hauptbahnhof, hier in Düsseldorf. Ich muss da in die Nähe. Ja, also... Ey, Juno, Alter. Pass mal auf, wo du hinläufst. Wie, was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Du bist einfach auf mich gerannt. Ah. Oh, ich check die Kamera. Ernsthaft? Ja, sorry. Okay. So, äh, was suchen wir denn, ja? Ja, Bruder, warte, ich muss ein bisschen rumfragen. Warte, ich hab hier einen. Entschuldigung. Entschuldigung. Bist du hier aus Düsseldorf? Warte, wie heißt die Adresse? Eine Sekunde. Äh, am besten näher Hauptbahnhof. Hier komme ich am besten dahin. Mit U-Bahn. Hier ist U-Bahn halt die Stelle, wenn du jetzt hier rechts runter gehst. Oha, ey. Was ist los? Du hast auch, wohinläufst, Alter. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Wie war's dein Problem? Du, ey. Hey. 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 Jaah. Hey. Hey. Hey, Leute, wenn ihr für diese Aktion, ne? Nicht mindestens... Wie viel... Wie lowen... 5.000? 20.000 Euro ... Du moditudainalles, ey. Für diese coole Aktion. Ich weiß. Hey, ihr wollt, dass die Sache eskaliert, Antes hier habt ihr die Sche seja. Hier ist eskaliert, mitt schön. Yo, Freunde, das war's mit dem Video Punch & Prank Teil 2. Dieses Mal hat's wirklich eskaliert. Tut dein Bauch noch weh? Das war die letzte Serie, Staffel oder was? Ich mach das nie wieder, ohne Scheiß. Leute, ihr wollt, dass es eskaliert. Es ist eskaliert. Wenn ihr noch so ein Teil sehen wollt, wo es noch krasser wird, schreibt es in die Kommentare. Lasst für die coole Aktion auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace. Bis zum nächsten Mal.